Gerne mal reinhören. Ich habe was für euch. Normalerweise, wenn man YouTube guckt, wird man tendenziell eher dümmer als schlauer. Kann man das zur Frage allgemeinern? Ja. Ich habe einen Kanal gefunden, der mich seltsamerweise relativ angesprochen hat. Ich bin sehr gespannt, weil ich das gesehen habe. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob das vielleicht zufällig auch die Wellenlänge von jemand anders trifft. Und zwar ist das so ein bisschen das Konzept von Bob Ross nur andersrum. Man fängt mit einem kompletten Kunstwerk an und zerlegt es dann. Und das Kunstwerk ist nicht irgendwie ein Gemälde von Bergen und Happy Trees und sowas, sondern es ist ein elektronisches Gerät. Und dann kommt der Dave. Der Dave ist ein Australier und der zerlegt dann dieses Gerät. Das ist so ein bisschen... Hi, I'm Dave Jones from the AEB Blog and my secret talent is a bit unusual. Every week I educate and entertain nerds like me on YouTube. And trust me, that takes a lot of talent. Roll the tape. So, also er ist so ein bisschen... Sehr gut. Er ist so ein bisschen, wie sagt man, eigen. Ja, aber er macht das seit vielen Jahren. Der hat ungefähr tausend Videos auf YouTube. Und die sind so zehn bis fünfzig Minuten lang. Und meistens zerlegt er irgendwas. Es gibt aber auch Videos, wo irgendwie dir erklärt, wie man ordentlich lötet. Ja, und zwar so, dass du es verstehst und dass du dir zutraust, okay, du kannst jetzt löten, wenn du das angeschaut hast, ja. Okay. Und ich habe ihn gefunden, ähm, bei dem Video hier, ähm, da hat testet er die Pebble. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Ja, ja, das kenne ich, ja, stimmt. Da geht er auf so ein, ich laufe mal voll krass nur durch den Schlamm mit einer Pebble-Watch. Ja. Und, äh, zeigt die ganze Zeit, wie er sie ins Wasser taucht und wie er sie gegen Steine schlägt und... Einfach mal in den Schlamm schlagen. Bis zum Ellenbogen im Dreck, ja. Das ist halt ein lustiger Australier. Und, ähm, so die, die üblichen Videos sind dann aber eher sowas hier, dass er mal so eine, eine GoPro zerlegt oder sowas. Ja, und er beurteilt das auch so. Das ist ja ein ordentliches Stück und das haben sie sehr schön designt und, aber hier haben sie irgendwie nur ein Kabel reingelötet, so lamer Scheiß, ja. Und, ähm, äh, man lernt was dabei, ist trotzdem irgendwie lustig, äh, ist halt so ein seltsamer, also er macht das auch als sein Job, ja, so, 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 so Elektronik-Design. Und, ähm, er zerlegt alle möglichen Dinge, er lässt sich von seinen Zuschauern auf YouTube, lässt er sich auch irgendwelche außergewöhnlichen Geräte zuschicken, ja, und zerlegt die dann und, äh, beurteilt die und zeigt ihr, das ist dieses, dieses Ding in diesem, in dieser GoPro und sucht dann nach den Datenblättern für diesen, für diesen Baustein in diesem Gerät und, äh, erklärt Dinge und das ist echt gar nicht so schlecht. Hier hat er zum Beispiel so ein, ähm, hat er so ein, so ein Mischpult hat er hier irgendwie, so ein Yamaha-digitales Mischpult mit einer Million von Steinen und, äh, guckt halt sich an, wie läuft hier das Signal durch und hat vielleicht ein kaputtes und bringt es dann wieder zum Laufen oder lötet irgendwie ein neues Netzteil dran und solche Sachen. Und ich fand das eigentlich ganz, ganz interessant. Ich bin beeindruckt von solchen Menschen, die sich so ein, so eine Schaltung anschauen können, so eine, eine Platine anschauen können und anhand dessen verstehen, was dann dort passiert. Das, das, das grenzt für mich an komplette Magie, was da passiert. Ich meine, ich habe, ich habe Semester Elektrotechnik studiert und, ähm, da haben wir damit angefangen und da habe ich dann sehr schnell gemerkt, das ist nicht mein Studiengang und, ähm, weil das, das ist total abgefahren. Also, dass man das, und ich kann das jetzt vielleicht bei so einer Schaltung wie einem Netzteil, das kann ich nachvollziehen so ein bisschen. Aber wenn du dir dann sowas anschaust und du dann verstehen kannst, auch wenn es nur grob ist, wie da was, warum läuft und boah. Und, ähm, hat irgendwie, habe ich ein Video angeschaut, hat zerlegt dann kompletten Kopiere, ja? Und jedes Einzelteil und hat dann so einen, so einen großen Kopierer und hat einen riesen Haufen von Schrott irgendwie da liegen, hat er sein Labor irgendwie. Und, ähm, Videos sind so videomäßig so ein bisschen mittel teilweise. Am Anfang sieht man auch, er probiert noch. Aber, also grundsätzlich hat er auch so, so USB-Mikroskope, wo er dann eben in diese Geräte das Ding reinhalten kann und irgendwie zeigt, wie das, wie das funktioniert. Teilweise Sachen repariert, teilweise so extrem seltsames Gerät. Irgendwelche Deutschen schicken ihm dann so, so, so irgendwelche deutschen Computer für Krankenhäuser. Dann zerlegt er das und da fallen also die Duracell-Zellen raus und er macht sich drüber lustig. Also, ich wollte mal sagen, wenn ihr ein bisschen was angucken möchtet über die Weihnachtspause, da sind tausend Videos, da ist was, ist das sicher auch was für euch dabei. Cool. Ähm, das ist das Dave Jones vom EEV-Blog. So, das Blog habe ich mir nicht angeschaut und das Forum, er hat da aktives Forum dazu, wo die Leute dann eben irgendwie mit Tipps geben, was das nun eigentlich war und so weiter. Aber ich fand das recht amüsant und auch lehrreich, was dazu kommt und was man auf YouTube nicht zwangsläufig immer findet. Und deswegen schaue ich es mal an, wenn euch so was interessiert und wenn ihr auch so was in die Richtung mal ausprobieren möchtet. Also, das gibt mir jetzt schon ein bisschen mehr Zuversicht, mir mal einen ordentlichen Lötkolben zu kaufen und mal mit einem Arduino zu spielen. Also, kann ich durchaus mal empfehlen, den Herrn Dave Jones. Achso, kauft sich gerne, hat sich eine Solaranlage gekauft, hat extra noch 2000 Dollar draufgelegt, um den deutschen Inverter zu bekommen und sowas. Also, abgefahren. Ja, also lustiger Vogel und kann man sich mal